so genau so machen wir dem schön viel schaden und weg mit dir gibt es sogar noch mal dreimal große titanitscherbe ich weiß nicht ob das jetzt ein bug ist weil normalerweise dürften die nicht respawn aber hey große titanitscherben sind nicht schlecht zum upgraden so seele eines namenlosen soldaten und hier ist wieder ein käfig zum nach oben fahren so wir versuchen das noch ein paar mal mit dem lud da unten weil man kommt recht leicht wieder hin man kommt nur nicht recht leicht an den dran so und ratet mal das hier ist der weg die ich vorhin gezeigt habe wo ich gesagt habe man kommt nur von der anderen seite ran und ich glaube die kompanie da unten ignohe ich einfach mal hat irgendjemand vor mir nachzukommen nein scheinbar nicht so da kommt wieder der eine hochgesprungen erst mal dich dann weg wollen so ich hätte mich erst teilen sollen nach dem sprung wäre einfacher gewesen so hier runter da ist auf jeden fall noch einer im weg verfolgt mich doch jemand gerade nö ok das heißt ich kann hier wieder hochklettern da ist einer der mich verfolgen will so den sind wir jetzt aber auch los geworden und dann neuer versuch hier runter zu kommen das geht eigentlich recht einfach und hier rüber zu kommen das klappt auch ganz gut normalerweise das was nicht so gut klappt ist dass da rüber kommen ah nicht runterfallen menno ja genau das ist das problem wenn ich einfach nur versuche rüber zu rennen komme ich zu kurz wenn ich rüber springe komme ich zu lang also geben wir dem ganzen noch einen versuch so die hier unten ignorieren wir wieder alle weil das hier kriegen wir eigentlich ganz gut hin so ich muss nur vorsichtig hier runter hüpfen mich einmal heilen so wieder auf den speer wechseln genau der knallt wieder vor mir hin wieder hier hochklettern und ja wenn ich es jetzt nicht schaffe dann hole ich es entweder aufsqueen oder lasse es einfach da liegen oder gucken ob es überhaupt irgendwas interessantes war was man da holen konnte so wo nicht abstürzen ich bin an der stelle hier schon früher immer im normalen Dark Souls so oft gestorben muss ich zugeben dass das mit der Zeit richtig lästig wurde ich glaube rennen dürfte doch reichen wenn ich richtig renne ich probiere es noch ein einziges mal und ja jetzt hat mich wieder der ehrgeiz gepackt was willst du Kumpel sterben oh sie sind schlauer geworden sie warten jetzt auf mich hier gut okay komme ich mit klar äh ops so jetzt müsste aber eigentlich hier größtenteils alles tot sein außer die die unten am Loch hängen aber die kommen nicht hoch solange ich hier nicht auf den Pelz gehe so letzter Versuch wow so viel zum zu weit springen übrigens gut hier rüber und nein einfach rüber rennen das bringt es auch nicht gut ich lasse den Gegenstand jetzt mal dort wo er ist wir machen jetzt mal weiter obwohl gibt mir noch einen Versuch ja ein letzter Versuch da ist nämlich auch meine letzte Heilung aufgebraucht da unten weil ich möchte eigentlich nicht nochmal den ganzen Mist machen müssen ouch das war jetzt ein bisschen ein böserer Fall so wieder hier rüber und noch ein letztes Mal da runter ja der Sprung war gut so ein einziges Mal einen Lebensstein einwerfen eine weitere Möglichkeit wäre von hier aus direkt zu springen aber der Sprung reicht bei weitem nicht oh das könnte klappen ja das hat sogar geklappt oh das ist nur ein giftiges Moos das wird ein Schmetterling von oben sein hurra für Glück gut sei es drum wir gehen jetzt am Leuchtfeuer rasten uns kurz zurück zu nach Majula Port und dass wir unsere unsere Speere jetzt mit den Tinalitspitern ein bisschen upgraden weil unser Speer den wir jetzt gerade anhaben den ich mal wieder wechseln könnte zu unserem normalen Speer plus 6 hat zum Beispiel nur Stufe 5 der könnte ein Upgrade gebrauchen und die Flügellanze die ich mir bei Macduff gekauft habe könnte auch ein Upgrade gebrauchen und ich will mir auch irgendwann bei Macduff mal den Langbogen kaufen den wir wahrscheinlich für eine ganze Weile dann benutzen werden da wir ja eine Decksklasse sind so deswegen erstmal kurz in die Gegenstandskiste gucken was so weg kann das kann zum Beispiel weg das rote Auge die beiden Sachen können weg giftiges Moos ist ziemlich gut für das nächste Gebiet in das wir dann kommen werden Ricard Stegen kann weg Banditenmesser kann weg Wächterdrachen Parma kann weg wobei das wollte ich mir eigentlich mal angucken das hat nämlich ziemlich gute Stats jedenfalls laut der Zusammenfassung unten wenn man nämlich über so ein Gegenstand fährt naja ich nehme es zurück so toll ist es nicht es hat zwar ziemlich viel Magie und Feuerresistenz und auch Finsterresistenz aber der Rest ist vor allem die physische Resistenz ist nicht so gut deswegen weg damit hier kann noch nichts weg hier muss nichts weg und wir haben echt sechs Splitter gut das heißt wir reisen jetzt erstmal zu Magduff dem Bogen kaufen dass das entledigt ist dann reisen wir zu nach Magdula graden dort unsere Speer rauf und geben die restlichen XP für Level-Ups aus so also wir wollen gern den langen Bogen haben jo alles andere kann er behalten die Großaxt und das Oshigatana Pfeile brauchen wir zur Zeit auch keine das heißt nämlich wir können jetzt statt dem Bogen ruhig den langen Bogen ausrüsten so dann geht es jetzt noch Magdula und ja wir haben jetzt bewusst ich hätte auch bei Magduff die Upgrades machen können aber ich mach's dir lieber hier dass ich die restlichen Seelen auch noch für irgendwas ausgeben kann ja ich möchte nein nicht reparieren sondern verstärken erst einmal das hier dann den hier zweimal und für dich bräuchte ich Titanitscherben die ich grad nicht hab und bei dir kann ich keine mehr kaufen weil du keine mehr hast gut damit hätte sich das Thema auch erledigt reicht's für ein Level Up nein deswegen können wir mal ein paar kleinere Seelen Batterien aufbrauchen ein paar kleinere Seelen machen wir zwei von denen ja das dürfte reichen für ein Level Up erst mal aufsteigen so wir können unsere Belastung ein bisschen weiter steigern auf 15 das wär schon mal nicht schlecht und dann Zauberei auf 12 dass wir einen zweiten Zauberslot haben dass wir nochmal Heilung nehmen können dass wir uns sechsmal heilen können nicht nur dreimal so zurück in den Jägerhain zum Brückenzugang und jetzt kommen die Stellen die ich am wenigsten mag also das was wir bis jetzt hatten hier im Jägerhain war nur vorgeplänkel na komm genau du jetzt betreten wir nämlich den Warenjägerhain eine der dunkelsten und verwirrendsten Orte überhaupt so Fackel so Duwek hier ist sicherlich Dings Hinterhalt Hülle voraus ja können wir ruhig bewerten Seena ist von Ohnen und Toten und was ist hier Boss voraus der Saipura für Springen ja ist klar so und dann müssen wir erstmal über diese Brücke hier und da kommt uns der da entgegen wow ja ein großes eine große Monstrosität mit zwei dicken Sicheln nicht ganz ungefährlich und da oben ist ein Schmetterling mal wieder den ich übersehen hatte und da drüben ist übrigens auch einer da waren welche besser gesagt so die droben zurück immer fleißig giftiges Moos was man immer gut gebrauchen kann und hier ist die erste Untotenzelle voll mit Untoten die aber fast kein Lebenswillen mehr haben jetzt ja jetzt wird's lustig da oben ist der reguläre Weg weiter aber wir wollen uns erstmal hier erst einmal hier unten umschauen hier ist nämlich erstmal wieder so einer wow die allerdings recht gut down gehen muss ich sagen dafür dass sie so dick sind und eigentlich war ich gewöhnt dass hier noch ein dritter ist nein dafür gibt's eine Invasion das hier ist definitiv ein NPC an den erinnere ich mich nämlich ich Vielen Dank.